Wie du deinen Sonoff ZB Dongle mit Zigbee 3.0 entweder schrottest oder die Firmen beupdatest, je nachdem wie das Video ausgeht. Das zeige ich dir heute. Hi, mein Name ist Simon von 7.42 und ich will dir heute zeigen, wie ich meinen Sonoff Dongle entweder update oder ihn eben schrotte, je nachdem wie dieses Video ausgeht. Ich benutze ja schon seit längerem den Sonoff Zigbee Dongle eben für mein Zigbee Netzwerk. Zwischendurch war ich mal auf den Sky Connect gewechselt, aktuell teste ich aber eben im zweiten Langzeittest im Anschluss zu ZHA, nämlich aktuell wieder Zigbee 2MQTT. Das heißt, ich habe mal wieder mein gesamtes Zigbee Netzwerk umgestellt auf den Sonoff Zigbee Dongle und habe eben die Geräte wegmigriert vom Sky Connect Stick. Das Ganze mache ich eben, um quasi auch jetzt einen Langzeittest zu machen zu Zigbee 2MQTT, um eben auch jetzt die beiden Systeme nochmal miteinander zu vergleichen, wo ich beide also jetzt wirklich tiefgehend kenne. Und dann irgendwann mal vielleicht ein abschließendes Fazit zu ziehen, was ich jetzt wirklich jedem empfehlen würde. Denn bisher habe ich mich damit ja sehr weit zurückgehalten und immer gesagt, man kann eigentlich beides benutzen. Ist natürlich auch immer noch so, soll aber heute nicht Thema sein. Kommt, wie gesagt, in einem anderen Video. Wenn du es nicht verpassen willst, abonniere gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Hi, ich bin es nochmal, der Simon42 aus der Zukunft. Also für mich natürlich gerade der Gegenwart für euch in der Vergangenheit und für das Video aber aus der Zukunft. Denn ich habe ja schon gesagt, das Video habe ich schon gefunden. Das habe ich noch mit dem alten Studio Equipment aufgenommen. Aber mir sind jetzt noch ein paar Sachen eingefallen, die noch rein müssen. Deswegen seht ihr ab und zu eben auch das neue Studio Equipment. Also kennt ihr ja von meinem Video. Genau, nicht verwirren lassen. Deswegen, ich wollte euch nur vorwarnen, nicht, dass ihr dann komplett rauskommt aus dem Video. Also weiter geht's. Okay, worum soll es heute gehen? Das heißt also, wir daten die Firmware von unserem Zigbee-Coordinator ab. Also von dem Sonoff Zigbee Dongle Stick. Das Ganze ist eben teilweise wichtig für die Unterstützung neuer Geräte oder auch neuer Features oder gegebenenfalls auch zu Fehlerbehebung oder Stabilisierung deines Zigbee-Netzwerkes. Das kann es sein, das muss es aber nicht. Was aber bestimmt so ist, manche Geräte funktionieren nur mit der aktuellsten Coordinator-Firmware und sonst nicht. Wenn das Ganze so klappt, wie ich mir das vorstelle, müssen wir den Stick dafür übrigens nicht öffnen, keine Tasten drücken und auch sonst nichts machen. Denn wir machen das Ganze direkt über Home Assistant, wo der Stick angeschlossen ist, über ein Python-Skript. Nur wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das Ganze gut geht. Von daher, wenn dein Stick also kaputt gehen sollte oder auch meiner, übernehme ich dafür natürlich keine Haftung. Und das Ganze ist dann natürlich auf deine Verantwortung und es nicht als Handlungsanweisung zu verstehen. Generell sollte es aber schon klappen, wenn du dich eben an die Schritte hältst und die gleiche Hardware hast, wie ich hier auch benutze. Das heißt, zuerst mal musst du natürlich wissen, welchen Sonoff Dongle du hast. Das heißt also, ich habe hier den ZB Dongle P. Das ist in dem Fall der mit dem CC2652P-Chipsatz. Und dann gibt es eben noch den ZB Dongle E, der mit dem EFR und so weiter Chipsatz lese ich dir jetzt nicht alles vor. Hier kommen wir auch schon zu meiner ersten Anmerkung aus der Zukunft. Und zwar, wo findet man eigentlich die aktuelle Version, die man quasi auf seinem ZigBee-Stick hat? Das Ganze schauen wir uns mal direkt hier an. Also, bei ZigBee2MQTT gehst du auf ZigBee2MQTT, also auf Web Interface, gehst dann hier auf die Einstellungen. Dann gehst du hier auf Über und unter Über siehst du hier die Coordinator-Version. Das hier ist dann die Firmware-Version. Für ZHA müssen wir das Ganze anders machen. Dafür gehen wir hier auf die Einstellungen, gehen auf die Geräte und Dienste, suchen uns hier ZigBee Home Automation. In ZigBee Home Automation gehen wir hier auf Konfigurieren und jetzt sehen wir hier eben unseren Coordinator. Normalerweise würde man ja vermuten, dass man zum Beispiel hier diese Infos bekommt. Leider hat man dort aber die Info zur Firmware nicht und auch in den Diagnoseinformationen oder im Backup vom Netzwerk ist das leider nicht drin. Das heißt also, du wirst leider selbst wissen müssen, wenn du ZHA nutzt, wie aktuell ungefähr dein ZigBee Stick ist und dementsprechend eben updaten müssen. Kann man dir auch daher ableiten, wann man diesen ZigBee Stick gekauft hat. Das heißt also, wenn du den zum Beispiel vor zwei Jahren gekauft hast, dann kann deine Firmware eben maximal zwei Jahre aktuell sein. Kümmern wir uns aber jetzt erstmal um meinen Stick, also um den ZB Dongle P. Da ist das Ganze nämlich so, es gibt auch auf der Seite von ZigBee 2M QTT übrigens zu finden, dafür ein Custom Skript, wofür wir dann sozusagen das SSH-Addon brauchen und dann können wir das Ganze auch ausführen. Das Ganze kann man auch, wie gesagt, nachlesen bei ZigBee 2M QTT. Ich führe dich jetzt einfach mal durch, wie wir das Ganze machen würden. Das heißt, du brauchst mindestens ein konfiguriertes SSH-Addon. In meinem Fall ist das hier das Web-Terminal, da gehe ich einfach mal drauf und bin dann hier also auf meiner Home Assistant CLI. Die reicht mir dafür schon aus. Was wir nun zuerst mal machen ist, wir gehen hier sozusagen erstmal in das Terminal und legen uns hier in Python ein neues virtuelles Environment an. Das können wir einfach hier mit Python-M VENV für virtuelles Environment und virtuelles Environment nennen wir das Ganze auch, also VENV tun. Ist prinzipiell nicht wichtig, was das tut, ist wichtig, dass du das Ganze auch machst. Anschließend aktivieren wir dieses virtuelles Environment mit diesem Befehl und können dadurch jetzt quasi auf dem Home Assistant selber nichts verstellen oder genauer gesagt an der Python-Umgebung. Könnten wir auch sonst nicht, aber so ist es eben sicherer. Dann können wir hier einmal mit pip installen, den Pi-Serial-Intel-Hacks sozusagen, also diese beiden Pakete in dem Fall einfach installieren, denn die brauchen wir. Was wir jetzt noch tun können, ist, wir können uns einen Ordner anlegen und dieser Ordner heißt in dem Fall jetzt cc2538bsl. Dann gehen wir in diesen Ordner rein mit dem Befehl cd und nun können wir uns mit einem Befehl das erforderliche Skript, wenn man so will, herunterladen. Das Ganze machen wir in dem Fall einfach direkt von GitHub und hier mit dem Befehl curl-ssl und holen uns hier diese URL runter und sagen dann, holen runter und sagen dann, dass wir das Ganze hier mit diesem Befehl entpacken möchten und drücken hier die Eingabetaste. Mit ls können wir jetzt gucken, was hier im Ordner drin ist und dann sehen wir also, wir haben jetzt hier eine License-Md, Readme-Md, dann ein Python-Skript, noch ein Python-Skript und ein Test-Ordner. Das passt soweit. Jetzt müssen wir erstmal die richtige Firmware suchen. Das geht tatsächlich am einfachsten, wenn wir SIG-B2M-QTT benutzen, indem wir das hier einfach direkt über die SIG-B2M-QTT-Seite machen. Denn die gibt es zu den jeweiligen Sticks, beispielsweise hier zum SIG-B-Dongle-P. Wenn wir hier einfach raufklicken, sozusagen die Firmware und zwar direkt hier die Coordinator-Firmware, was wir jetzt hier machen, wir laden die nicht runter, sondern wir kopieren uns hier mit einem Rechtsklick die Adresse des Links. Wir gehen also hier auf Adresse des Links kopieren. Dadurch haben wir das jetzt in der Zwischenablage und können das gleich benutzen. Denn wir müssen uns jetzt hier nämlich mit dem Befehl wget diese Datei runterladen. Da können wir hier einfach jetzt sagen, Rechtsklick und dann sagen wir hier einmal einfügen. Und dann drücken wir hier einfach die Tastenkombination STRG-V. Dadurch ist also jetzt dann diese URL hier eingefügt worden und wenn wir hier die Eingabetaste drücken, wird die ZIP-Datei einfach heruntergeladen. Das ist also das, was wir brauchen. Natürlich bitte sicherstellen, dass es auch die richtige Firmware für deinen Stick ist. Ansonsten kann der wie gesagt bricken, das heißt danach funktioniert er eben nicht mehr. So, dann machen wir jetzt hier ein Anzip und dann müssen wir jetzt hier den Namen der Datei eingeben, die wir eben als ZIP-Datei heruntergeladen haben. In dem Fall also CC135 und so weiter. Wenn wir hier jetzt einmal die Tab-Taste drücken, dann wird das hier Autofair vollständig. Dann müssen wir nicht alles eintippen und drücken einfach die Eingabetaste. Dadurch werden die jetzt also entpackt. Okay, jetzt sind wir schon fast beim Flashen. Bevor wir jetzt irgendwas machen, würde ich dir empfehlen, je nachdem was du eben benutzt, auf jeden Fall deinen Zigbee-Add-on zu beenden oder halt ZHA zu beenden. Im Fall von Zigbee2MQTT geht das Ganze hier unter Add-ons, Zigbee2MQTT und hier einfach stoppen, damit wir also wissen, der Stick ist gerade nicht im Zugriff. Im Falle von ZHA geht das Ganze hier unter Einstellungen, dann bei den Geräten und Diensten. Dann gehst du hier zu ZHA eben runter und wenn du hier rauf gehst, kannst du dann sagen, wenn du hier quasi auf die drei Punkte gehst, deaktivieren. Dadurch wird ZHA dann also temporär deaktiviert. Sei dir natürlich bewusst, dass du dann noch keine Zigbee-Geräte steuern kannst oder auch wenn dein Stick kaputt gehen sollte, eine längere Zeit nicht. Dann brauchen wir jetzt noch eine wichtige Info und zwar an welchem Port der Stick dranhängt. Das mache ich in meinem Fall hier unter Einstellungen, System, Hardware. Hier oben auf der gesamten Hardware, da suche ich einfach einmal nach Sonoff, da der Stick ja logischerweise so heißt. Und siehe hier schon, der steckt also im Port TTYUSB1. Diesen Pfad müssen wir dann gleich angeben. Also hier oben diesen Pfad sieht man auch nochmal hier unten bei DevName. DevTTYUSB1. Kopiere ich mir jetzt in dem Fall raus. Okay und nun füge ich hier mal den Befehl ein, den ich auch eben auf der verlinkten Seite in der Videobeschreibung für dich habe. Wie übrigens alle Befehle, die ich hier eingebe. Und wir gehen den einfach mal Schritt für Schritt durch. Das heißt also, wir haben hier einmal das Kommando sudo, brauchen wir auch Python 3 zum Ausführen des Skriptes. Das bleibt also soweit gleich. Da hat das heruntergeladene Skript, also in dem Fall cc2538-bsl.python eben für mich passt. Sehen wir ja auch schon hier oben, das ist auch genau das Skript, was wir eben runtergeladen haben, was sich hier in diesem Image mit drin befindet. Dann haben wir hier d mit p angegeben, sozusagen den Pfad zum Stick. Das ist ja in meinem Fall TTYUSB1, so stimmt das also. Dann sagen wir hier Bootloader Sonoff USB. Und dann sagen wir hier, dass wir die entpackte Datei für den Stick angeben, und zwar die Hex-Datei. Das sehen wir schon hier oben, wie die heißt. Denn die Datei haben wir natürlich gerade eben aus der ZIP-Datei entpackt. Und das ist dann die hier, die cc1352p und so weiter. Wir machen hier also wieder das gleiche wie vorhin. cc13 Und dann hier in dem Fall Punkt Hex hinten dran. Das heißt also, das ist jetzt der Pfad zur Firmware-Datei des Sticks. Du kannst hier also auch wie vorher cc1 eingeben und dann mit der Tab-Taste das Auto vervollständigen. Das wird dann eben bis zum Punkt vervollständigt. Und dann kann ich da ganz so hinten dran noch Punkt Hex schreiben, da es ja in diesem Ordner zwei Dateien gibt, die so heißen. Nämlich einmal die ZIP und einmal die Hex-Datei. Wir brauchen aber jetzt hier zum Flashen natürlich unbedingt diese entpackte Punkt Hex-Datei. Ganz wichtig, nicht die ZIP verwenden. Okay, das heißt also, so sollte der Befehl jetzt passen. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht auf die Eingabe-Taste zu drücken. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Okay, das heißt, ich drücke jetzt hier mal die Eingabe-Taste. Genau, jetzt sehen wir hier, es wird eben gelöscht und jetzt wird die neue Firmware auf den Stick eben draufgeschrieben. Das heißt also hier, jetzt wurde auch noch geprüft, ob das Ganze jetzt stimmt, eben anhand der Checksumme, die sich ausgedacht wurde. Und das Ganze scheint eben soweit zu stimmen. Das heißt also, im Optimalfall sollten wir jetzt hier, wenn wir SIG-B2M-QTT eben wieder starten, dann auch wieder einen funktionierenden Stick haben, der eben jetzt hoffentlich nicht gebrickt ist, also weiterhin funktioniert. Okay, er hat zwar spannend gemacht, aber hier sind wir wieder. Das heißt also, scheint alles zu klappen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob er, jawohl, er sieht auch Geräte. Das heißt hier, hier hat er jetzt gerade eben quasi das Gerät hier zumindest mal gesehen. Das heißt, das passt alles soweit. Das ist normal, das ist ein Gerät, das ist ganz weit weg. Das funktioniert eben nicht ganz fehlerfrei. Solltest du den ZB Dongle E benutzen, also Silicon Labs Ember Znet Zigbee Stack Geräte, dann empfehle ich dir tatsächlich, da ich diesen Stick eben selber nicht habe, das Video von Smartlife.net. Und zwar wird hier sehr gut erklärt, wie man eben die Firmware aktualisieren kann und zum anderen natürlich auch, wie man zum Beispiel auch auf die Multiprotokoll-Firmware wechseln kann. Das heißt also, Video verlinke ich dir hier oben, denn was jemand anderes schon toll erklärt hat, soll man ja nicht nochmal versuchen, selber toll zu erklären. Und ich habe den Stick auch nicht, von daher habe ich auch irgendwie keine Wahl. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest nun auch von deinem Son of Stick die Firmware upgraden. Wenn das so war, drück gerne auf Gefällt mir und abonniere auch meinen Kanal, wenn du mehr wissen willst, zum Thema Home Assistant. Ich sage nur, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. 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 Ciao.